Hallo, ich bin die Jessica von Asam Beauty. Habt ihr manchmal einen müden oder fahlen Tint oder seht vielleicht sogar so ein bisschen abgeschlagen aus, dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Und zwar die Watermelon Glow Mask aus der Magic Care Linie. Und wir schauen mal gemeinsam rein. Und dann seht ihr schon die Glitzer-Gel-Textur, die hier so wunderbar schimmert. Das ist die magische Glow-Formel. Diese Maske belebt euren Tint und verbessert und erfrischt ihn gleichzeitig. Einfach auftragen, auf Gesicht, wenn ihr wollt, auch Hals und Dekolleté. Das macht ihr dann ein- bis zweimal die Woche und wartet 15 Minuten. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ihr nehmt einfach die Rückstände ab und habt dann diesen belebten und erfrischten Tint mit dem besonderen Glow. Übrigens ist die Maske für jedes Alter und jeden Hauttyp geeignet. Das ist die Maske für jedes Alter.